Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dishonored. Ja, in der letzten Folge waren wir ja hier und begeben uns jetzt... Ich weiß nicht, habe ich den da schon umgebracht? Hallo, hallo, hallo? Ich weiß es nicht. Waren wir hier und ich weiß jetzt auch, warum hier so viele Granaten rumliegen. Und zwar... Ich habe das nämlich belesen. Ah, ich bin nicht da belesen. Oh, scheiße, die hat mich trotzdem getroffen. Damit kann man die Teile nämlich kaputt machen. Ist das Ding da drüben jetzt eigentlich kaputt? Ich weiß es nicht so genau. Äh, ich gehe mal schnell auch so rum. Ja, zumindestens, äh, das hatte ich nämlich gelesen, weil ich geguckt habe, wie lang ungefähr jetzt noch so der Plan ist, wie lang es noch gehen wird. Also ich habe jetzt nichts weitergelesen, aber so ungefähr, damit ich so weiß, wie weit jetzt noch... Äh, joa. Bin aber nicht so richtig schlau geworden. Hm. Die haben nämlich Mützen. Hier unten war ja auch Anweisungen von Oberseer Campbell. Ich wünsche Ihnen Sicherheit und Mut bei Ihren Unternehmen. Der Attentäter Daud und seine fanatischen Anhänger sind gemeinhin unter dem Namen Walfinger bekannt, da sie die Masken der Ölarbeiter tragen. Seien Sie vorsichtig, denn Daud könnte Kräfte jenseits unserer Vorstellungskraft besitzen und unerwartet heftigen Widerstand leisten. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Sie sind bekannt für Ihre Niedertracht. Ihr Hauptquartier befindet sich im Gebäude der Handelskammer innerhalb der Ruinen von Central Washoe. Sämtliche Straßen dorthin wurden gesperrt, mit Ausnahme der Hochbahn. Finden Sie den Bahnhof an Washoe Market. Rücken Sie mit größter Vorsicht vor. Die Kultisten setzen Spione ein, um die Strecke zu überwachen. Oberseer Campbell. Okay, machen wir. Achso. Äh, ich wollte eher nehmen. Ich lasse mich wieder mitnehmen. Ups, wollte ich gar nicht. Oh, hat 50 sogar dabei. So, gucken wir mal ganz kurz rum. Hinten liegt ja auch noch ein bisschen was. Ups, Alter. Hallo, ich will hier hoch. So, und zwar hier. Die haben noch ein bisschen was. Äh, das Ding hat nichts. Äh, ich werde jetzt nicht einschulieren. So, äh, 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 äh. Hier bin ich lang. Hallo. Was ist denn das für ein... What the fuck? Moment. Ich glaube, ich kann einen Doppelsprung machen. Okay. So. Weiter geht es. Hallo. Okay, ich sehe schon mal einen. Hier sind natürlich ganz viele Mäuse. Moment. Wo sind die jetzt alle hin? Jetzt sind sie alle weg. Nee, nur muss ich da nehmen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So. Und zwar vermute ich, wenn ich hier lang gehe, finde ich irgendwas Tolles. Mhm. Nein, nicht so ganz. Gibt es da nicht noch mehr? Oh, schön. Was haben wir denn hier? Eine Fischstatue. Money, money, money. Nice. Ich denke, es ist irgendwas, wenn ich... Äh... Tja. Eie des blau-bäckigen Hexenfüßes. What? Okay. Ist tendenziell räudig. Also sollte ich schon mal nicht ins Wasser fallen. So. Wie weit komme ich denn da rüber? Ach so. Ich glaube, ich gehe erst mal hier vorne hin. Ja, hier habe ich nie was. Ach so. Alles easy. Ist leicht bestimmt daran gestorben. Oh, oh. Oh, oh. Sind immer noch welche. Ah, der ist so fest. Es wäre so eklig gewesen, wäre hier einfach ein Weiher dahinter gewesen. Ähm, ähm. So. Scheiße, da habe ich nicht mehr weggemacht. Naja. Weil jetzt eine sinnlos verschwindet. Easy. Wallo? Nein. Ach guck, wir haben schon wieder eine Dings. Eine Granade. Kronode. So. Oh, ey. Durch was laufe ich gerade? Das sieht eklig einfach nur aus. Oh, du hast nichts. So. Ging hier nicht irgendwie sowas wie so? Oder irgendwie so? Irgendwie ging das doch mal. Diese Musik ist immer so gruselig. The fuck, was ist denn das? Ah. Oh, Käse. Okay, hier kann ich mit Dings... War ich hier nicht schon mal? Das Gefühl, hier war ich schon mal, oder? Und wie kann ich aber so eiskalt da durchmachen? Ich hätte gerade gedacht, nee. Da haben wir noch einen. So, schauen wir erstmal jetzt uns schnell hier um. Können wir auch noch was daneben liegen? Oh. Da haben wir auch nicht viel gebracht, die Krononen. So, da vorne liegt auch noch was, wie ich sehe. Das Gefühl... Ich drehe schon mal, oder? Das Gefühl, hier war ich schon mal. Gut. Oh, was ist mit Essen mitnehmen? Wenn wir mal was essen, ist das auch so eine explosive Flasche? Die explosiven Flaschen hätte ich ja auch dafür nehmen können, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Okay, wie Sie sehen, hat mir das jetzt nichts gebracht. Okay, dann wege ich mich mal schnellstmöglich wieder dorthin, wo ich gerade war. F. Ach, hier sind wir jetzt schon hier oben. Holy moly. Okay, heute war wieder ein bisschen... Wieder zurückgehen angesagt, aber naja. So. Ich habe jetzt echt gedacht... Scheiße, sie wird mich sehen. Aber ich würde sagen... Tschüss. Kann man die überhaupt von hinten angreifen? So, ich gehe mal ganz kurz hier einen Moment weg. Moment weg, Clara. Was ist denn das für Deutsch? Moment weg. Um zu speichern. So, wie viele habe ich denn davon noch? Fünf. Das ist so creepy. Was du kannst, das kann ich auch. Ich habe mich so promising gefühlt. Ich sitze hier einfach da und kriege ich über beide Ohren und denke mir so... Okay. So, ich weiß ja, dass da oben noch einer ist. Ich glaube, ich versuche jetzt hier unten zu. Komm ich von... Da komme ich nicht. Ich glaube... Ähm, ich lad noch mal, weil ich jetzt einen verschossen habe. Das ist behindert. Weil... Ah, muss jetzt mal wieder laden. Weil es ist scheiße, wenn ich jetzt hier einen verschieße. Und es danach mega bereue. So, war das die fünf? Ah, der fällt sogar runter. Hup. So. Oh. Hä, hä, hä. Sorry. Ich hatte Hunger. So. Heute war übrigens einer meiner besten Tage dieser Woche. Denn... Ich hatte nur drei Stunden. Ist das awesome oder... Ist das awesome? Das ist awesome. So. So. Begeben wir uns jetzt endlich hier rein. Und zwar zu Daud's Hauptgraffit hier. Nach Central... What? What show game? Hab ich da einen Bock drauf? Wuhuuu. 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 Sorry. So. Kann ich jetzt speichern? Ja. Jetzt kann ich speichern. Das sah schon trieb aus, dieses kleine Bildschin. So. Liebe Gemeinde, wir greifen hier. Der Hand ist heiß. Sieh das bis safe aus. Soweit. Kleine Verbrennungsbesserung. Korwin. Äh, stellen Sie sich... Äh, die Feuerwerk eines Tollboys kombiniert mit der Schnelligkeit... Handlichkeit einer Pistole vor. Mit dieser neuen Technologie wird jeder Soldat mit einem Waffenarm... Äh, mit einem Waffenarm zu einer beträchtlichen Macht. Sogen Sie dafür, dass der Lord Regent unverzüglich davon erfährt. Wer auch immer. Also haben die hier erstmal die Bahn blockiert. Äh, okay ist das? Falsch. Hier ist ja diese komische, hier ist die Bahn. Welche sie blockiert haben, muss auch da standen. Was hier die blockiert haben. Ähm... 8. Davon ist das Hauptquartier. Glaube ich zwar nicht, dass das Hauptquartier da wirklich da vorne ist. St. Trevor Shaw. Wie auch immer man das ausspricht. Finde den Weg in Dauds Gebiet. Okay. Dann filtriere das Hauptquartier und finde Dauds. Würde sagen, easy! Bringen wir jetzt irgendwas da hoch? Oh! Scheiße bin ich jetzt tief gefallen. Das war nicht mal meine Intention. Na ja, tun wir erstmal hier ein bisschen durchschwimmen. Mein Gott ey, der gleitet ja regelrecht durchs Wasser ey. Gut, da ging es nicht weiter. Mhm. Gibt es denn hier irgendwas? Ja, das ist heiß. Ja. 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 Ich glaub. Ja. Oh, das ist Tagebuch. Na nice. Ah, okay. Gut. Ich hab mir so für einen Moment gedacht. Ja. Ach, komm easy. Tust du dich einfach hinter den teleportieren und hielt es den um. Scheiße was. Ich geh erstmal woanders hin. Ich geh erstmal woanders hin. Händchen laufen können nicht nubeln. Händchen laufen können nicht nubeln. Hallo. Ich hab Spaß. Ähm. Oh. München. Und was. Keine Ahnung. Was ändert da was? Eine. Darüber müsste ich. Da ist noch eine. Drücken kann ich auch noch rein. Ich tue mich jetzt eigentlich nur von Gebäude zu Gebäude bewegen. Hoffen wir, dass ich nicht erwischt werde. Äh. Ich versuche eigentlich hier aus so wenig Leuten wie möglich äh. Gegenüber zu treten, weil die sind halt auch echt bisschen mächtig. Schock des Lebens. Scheiße. Der kam wirklich jetzt genau noch am Fenster lang. Das war zu creepy. Woah, 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 woah. Fuck off, was habt ihr denn ihr für hässliche Fische eh nach? Oh, das sieht auch so aus. Oh oh. Das sieht mir jetzt sehr offen aus. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oops. Äh, lasse ich das jetzt so? Habt ihr das gesehen? Nahrungskette. Freigeschaltet. Okay. Ähm, ich würde schon tendieren, dass ich das so lasse. Achso. Weil, ich glaube, ich würde es nicht anders hinkriegen. Also, irgendwo muss ich hier halt wirklich auch kämpfen. So, hier sind diese hässlichen Viecher. Und, ach. Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass ich einen. Oh nein! War das nubig! Ich muss nicht mehr von dem Munitions-Typ tragen. Ah, das war so nubig, aber egal. Pich gehabt. So, da haben wir halt noch die Viecher. Ja, da haben wir halt noch die Viecher. Ich sehe jetzt auch nichts weiter. Nuh jo, ich überlege immer noch ein bisschen, ob ich das jetzt hier lasse, aber... Ach, komm. Meine Güte. Ich war hier vorher noch mal schnell. Ich weiß, das ist jetzt ein ziemlich offenes Feld hier, aber... Ja, eigentlich ja alle. So weit, so gut. Oh nein, f***t euch doch. Jot. Was haben wir denn hier? Unterhalb des Dauts hier gibt es einen Tunnel, der zu Waschho-Tür führt. Der Zugang ist versperrt. Daut trägt den Schlüssel bei sich. Hm? Ich weiß nur, wenn sie einen Auftrag haben, für den sie in Waschho-Tür müssen, kommen sie zu mir. Ich besitze den Schlüssel. Okay. Oh nein, das ist der... Oh nein, das ist der... Oh nein, das ist der... Das war knapp, liebe Gemeinde. Und ich glaube, ich habe Daut schon gesehen. Oh nein, ich glaube, ich da unten. Ach so, muss ich A drücken. Oh, nehm den Spass noch mal! Okay... Also... Ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier Schluss. Ich bin hier aber noch in der ersten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in einer neuen. Bis dahin, ciao!